Sollen wir einfach schon mal unseren Schiedsrichter dazuholen vielleicht, dann lernen wir den schon mal kennen, das ist der Reinhardt. Hallo Reinhardt, kommt gerne beide dazu. Vergiss deine Kuh, die kommen gerne schon mal bei dir hin. Also ich lese euch einmal ganz kurz die Regeln fürs Kugelstoßen vor, die wir jetzt heute Abend hier anwenden. Ihr werdet abwechselnd insgesamt dreimal werfen. Der jeweils beste Versuch steht natürlich in Konkurrenz zum besten Versuch des anderen, die beste Weite gewinnt. Die Kugel muss innerhalb des sogenannten Kreissektors aufkommen, also innerhalb der beiden weißen Linien, diese beiden, sonst ist es ungültig. Die Kugel darf während eines Stoßes nicht unter Schulterhöhe gesenkt werden, da sonst kein Stoßen ist, das heißt ungültig, das heißt nicht unter... Sag einmal ganz kurz, was heißt das? Also wenn ich von hier unten komme, gut, das wäre wie beim Golf. Und es darf nicht auf diesen Balken getreten werden, das heißt, wenn ihr hier so... Fuß hängenbleiben, okay, drauf treten nicht, stimmt's? Sehr gut erklärt. Und äh... Sah auch gut aus, ne? Vielen Dank. Vielen Dank. Muss man ja... In der Nachbesprechung werde ich nie gelobt, dann muss ich das halt selber während der Show machen. Ja? Es gibt eine Münze, auch hier, die wirft der Reinhard kurz hoch und der, der oben aufkommt, ist derjenige, der beginnt. Okay. Beginner, Gewinner, es gibt zwei Seiten. David beginnt. Der Gewinner legt vor. Immer schlecht. Viel Erfolg. Damit... Kannst du dich schon mal fertig machen da? Oh. Alle Gags zu diesem weißen Pulver spare ich mir jetzt. Danke. Ja. Aber auf der letzten Weihnachtsfeier, uiuiui. Kannst du ja mitnehmen zunächst. Gut, Elmar, kommen wir kurz zu dir. Elmar ist der Mann, der uns durch den Abend führt, wenn die sportlichen Wettkämpfe laufen. Was denkst du? Wie sind die Handicaps gewählt? Ist das gut, ist das nicht? Ich kann es tatsächlich, wie bisher bei jedem Wettkampf, nicht einschätzen. Es ist auch tatsächlich schwer einzuschätzen. Ich glaube, das sind ja alles absolute Spezialisten. Wir haben es gerade gehört, er trainiert mal mit 9 Kilogramm. 20 Kilogramm ist ein Brett. Und eines dürfen wir nicht machen, wir dürfen den Ben nicht unterschätzen. Der hat damals vor drei Jahren bei diesem Sportabzeichen über 9 Meter gestoßen. Wenn er das heute hinbekommt, hat er eine Chance. Damals, damals. Okay, gut. Das heißt, du würdest sagen, alles offen. Alles offen. Alles offen. Dann übergebe ich damit gerne an dich und sage, wenn du bereit bist, Reinhard. Ihr seid bereit beide, Robin, David. Alle ready. Ich bin auch bereit. Seid ihr bereit? Bereit. Wir legen los. Das ist Kugelstoßen bei Beginner gegen Gewinner. David, wann immer du willst. Dein Timing. David Stahl wird vorlegen. Mal sehen, mit wie viel Power er diese 20 Kilo Kugel hinaus katapultieren kann. Das ist mir. Was? Unglaublich. 20 Kilogramm ist dieses Ding schwer. Und da sind schon erste kleine Zweifel im Gesicht von Robin. Und dann hat der Mann eine Power. 120 Kilogramm wiegt er. Acht Meter 92. Das ist eine gute erste Weite. Alter. Er hat so ein leichtes Grinsen im Gesicht. Aber nochmal, es müsste eine Weite sein, die auch Robin hinbekommen könnte. 8 Meter 92. Du hast doch unzufrieden geschaut. Ja, ein bisschen. War der erste erstmal zum Warmwerden und reinkommen. Du hast unzufrieden geschaut, weil die ist nicht gut genug mit 20 Kilo. War nicht ganz getroffen. Es ist, als wenn du da ein kleines Baby geschmissen hättest. Ja, das ist schon schwer. Ein großes Baby. Sie haben vollkommen recht. Gut. Robin, man nimmt, was du willst. So, Robin, kein Loslegen. Oh, das ist fast so ein bisschen geworfen. Das ist doch deutlich dahinter. Die weiße Fahne geht nach oben. Sollte vielleicht versuchen, die Kugel ein bisschen länger am Kinn zu halten. 7,43 Meter. Und damit liegt der Doppelweltmeister David Stahl erstmal in Führung. Du schüttelst den Kopf? Ja, war kacke, ne? Ja, musst du länger am Hals lassen, die Kugel. Keine Ansage, musst du länger am Hals lassen. Klar. Haben wir alle gesehen. Musst du gar nicht hier so einen auf Klugscheißer machen. Nein, aber war es das? Zu früh vom Hals weggenommen? Ja, ja, das war es. Ein bisschen weggerutscht auch, ne? Aber gut. Du hast noch zwei Wörfe, alles ist noch drin, ne? Der Mann wird jetzt auch langsam müde. Mhm. Ja. Ich mach ja immer drei schon. Du machst ja immer drei, du hast drei Kugeln drauf quasi. Bitte. Kann ich wieder, ja? Ja, du kannst. Dein Timing. Muss doch alle klatschen jetzt, ne? So, Herkules mit seinem zweiten Versuch. Hat schon gesagt, dass er mehr aus dem Stand heraus, aus der Drehung heraus stößt. Oh, der ist ein Tick weiter. Das sind über neun Meter. Das ist die nächste Bestweite von David Storr. Boah. Da stößt er das Ding da raus. Neun Meter fünfunddreißig. Neun Meter fünfunddreißig. Kannst du dich noch an die exakte Weite erinnern von deinem Abzeichen? Äh, neunzwanzig meine ich. Neunzwanzig. Dann ist jetzt die Zeit über dich selber hinaus zu wachsen. So. Und die Unterstützung wird ihm gut tun. Schaffst du, komm. Jetzt einen richtig raushauen. Und ab geht's. Ach, kacke. Na, ich glaube er versucht es zu sehr und gerät in eine Wurfbewegung. Sieht man jetzt auch ganz schön. Da dreht die Schulter auf. Die Kugel ist relativ weit weg vom Körper und hast du keine Kraft. 7,10 Meter. Wenn der letzte Wurf jetzt gleich weiter ist, ne, dann weiß ich, wer hier aufspringt und ausrastet bei dir. Und ich hoffe einfach nur, dass der nächste Wurf von David jetzt nicht so weit ist. Hoffe ich auch. David, bitte. Soll ich oder so? Ja, bitte. Willst du das so? So, David, der ist zweite. Also mit der Männerkugel steht bei 22,20 Metern. 22,20 Meter. Jetzt will er hier mit der 20 Kilogramm Kugel die 10 Meter Marke knacken. Ja! Der ist ein bisschen kürzer. Der ist ein bisschen kürzer. Ungültig. Also übergetreten. Na klar. Die 9,35 Meter stehen also. Bei Herrn Stoll muss ich streng sein. Ja, das stimmt. Also die Weite, die es zu schlagen gilt. 9,35 Meter. Bis 9,35 Meter. Und ich sage dir, jeder Einzelne hier, glaub daran, dass du es packen kannst. Selbst David hat gerade gesagt, das schaffst du. Ja. So. Der Feuerwehrmann aus Dortmund. Robin. Komm rein. Jetzt haust du einen richtig raus. Und lass die Kugel näher am Körper. Lass die Länge am Hals. Deutlich besser. Deutlich besser. Aber es wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Ich denke mal so, das sind 8,80 Meter. Aber eine gute Weite wird es. 8,61 Meter. 8,61 Meter. Setzt sich auch hier der Gewinner durch. Leider. Das war gut. Ja, letzte war gut. Du ärgerst nicht. Bitte? Du ärgerst nicht. Ja, sicher eigentlich. Der letzte war ganz gut. Die beiden davor waren richtig kacke, ne? Ja, weiß nicht warum. Vielleicht noch mal ganz kurz die Frage. War es das Handicap? Es war zu nah an deinem eigentlichen Sport, ne? Ja, also Fernseher und Wasserkasten hat, glaub ich, deutlich unhandlicher gewesen. Kann man was sagen, ey. Moment. Moment. Aber ich finde das Gute ist ja zu sehen, du hast ernsthaft hierfür trainiert. Das muss man mal ganz kurz festhalten. Und du hast es jetzt heute hier nicht geschafft. Aber mein Lieber, du hast über 8 Meter mit einer 7,5-Kilo-Kugel geworfen. Da würden die wenigsten hier im Publikum mithalten können. Die Frage ist natürlich jetzt, David, würdest du tatsächlich noch den Fernseher werfen wollen? Nur Verletzungsrisiken. Ja, ist gut. Ja? Geht ja. Ich geh mal kurz den Fernseher holen. Wo haben wir denn den Fernseher? Ich nehm, ich nehm. Danke. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Was sagt ihr da oben? Also ich sage, Minimum 7 Meter. Minimum eher sogar mehr. Ja, ich würde auch sagen so, um die pro 7 Meter. Mir ist eigentlich egal, ich will nur sehen, wie der fliegt. Und landet. Der fliegt, ja. Ich sag 8,59. Das sind ungefähr 20 Meter, die wir hier vorbereitet haben. Wenn der den Fernseher da hinten durchschmeißt, dann haben wir einen Weltrekord hier. 8,59. 8,59? 8,59 sage ich, ja. Das ist ja interessant. Was sagst du? Ich würde mehr sagen, das hätte ich ja genommen. Super. 8,59, du sagst? Über 9 auf jeden Fall, hätte ich gesagt. Anni? Ah. Er ist ja leichter, aber vielleicht zu unhandlich. Ich sage jetzt einfach mal 7, 7,5. 7,5? Ich sag 7,5. Wieso? 9. Ich sag 8,86. 8,86. Soll ich einfach anfangen? Elmar. Moment, Elmar. Joko? Ja. Ich möchte wissen, was du schätzt. Was sagst du? Ich sag über 10. Über 10? Über 10, ja? Das war jetzt hier. Über 10. Ja! Wäre das Schwerste gewesen. Ja? Ja. Weil den kriegst du ja nicht so richtig in die Hand genommen, weißt du? 7,23. 7,5. Anni hat gewonnen. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnbildlich für diese Show war, dass wir den Fernseher kaputt geschmissen haben. Hoffen wir einfach, dass die Quote am Morgen einfach ein bisschen besser ist, als das, was wir da vor uns liegen sehen. Reinhard. Ich sag vielen Dank für deine Hilfe. Es war leider nicht das richtige Handicap, das hat man jetzt gesehen. Nee. Aber nochmals. Das ist schon gut. Bei der Leistung, du hast gegen einen der besten Kugelschüsse der Welt verloren. Das kann mal passieren. Euer Applaus. Dankeschön. Gerne einmal durch die Mitte. Zurück ganz gerne. Mit den. Aber. Hätte doch den Fernseher nehmen sollen. Aber. Hätte, hätte. Hätte. Ich finde es ja fast faszinierend, was man noch aus so Sportlern raus holen kann. Wann sieht man mal einen Kugelstoßer von dem Kaliber, der 20 Kilo stößt. Wahnsinn. Unfassbar. Unglaublich. Gut.